Hi, ich melde mich auch mal wieder. Heute ist Tag 8 meiner Reha und ich befinde mich momentan in Bad Düben. Da habe ich Wenner jetzt abgestellt und jetzt schaue ich mir mal die Stadt an. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Wenner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Auf dem Weg hierher ist mir eines aufgefallen. So die ganze Gegend hier wirkt so ein bisschen wie ehemalige DDR-Lost Places. Also hier findet man viele leerstehende Schulen, Turnhallen, Fabriken und alles so typische DDR-Bauten. Ja, ansonsten findet man hier in Bad Düben eher kostenlose Parkplätze als in Bad Schmiedeberg. Das habe ich auf Anhieb einen gefunden, was ja in Bad Schmiedeberg nicht so war. Und ja, jetzt watschel ich erstmal in die Altstadt. Bin schon gespannt. Hier bin ich jetzt direkt am Markt und ich will nur mal kurz sagen, heute ist Freitagnachmittag und hier tobt echt der Bär. Also tatsächlich ist hier nicht viel los. Ich bin durch. Also hier ist gar nichts los, sag ich mal. In der Innenstadt habe ich gefunden einen, sowas wie KDW, einen Ernstig-Family, zwei Bäcker, die gar nichts mehr verkauft haben. Der eine war noch offen und hatte nicht mal mehr Kuchen. Der andere war schon geschlossen. Es ist jetzt 16 Uhr. Ein Eiskaffee, da habe ich noch eine Latte Macchiato bekommen und eine Kugel Eis. Dann war ich jetzt hier an der Burg. Die hatte geschlossen, konnte man nicht rein, nur einmal drumherum laufen. Und ja, das war es schon. Also lohnt nicht wirklich hierher zu fahren. Bei Google habe ich jetzt gesehen, hier ist noch eine Windmühle in der Nähe. Mal schauen, ob ich die finde. Da steht, wenn er, ich bin zurück, Fazit. Also, es ist schon eine sehr verlassene Stadt. Alles, was man sich anschauen könnte, hat hier zu, Freitagnachmittag. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Woche ist oder am Wochenende. Selbst wenn es jetzt nur 15 Minuten Weg waren, hat sich nicht gelohnt. Ich habe die Windmühle gefunden. Passt mal auf, ich drehe mich mal auf. Leider sind hier keine Infos. Ich versuche mal noch ein paar Infos zu ergattern. Die Mühle wurde 1840 gebaut, 1960 wurde das letzte Mal Mehl gemahlen und 1962 das letzte Mal geschrotet. Ursprünglich stand die Mühle in Gläsien, das war in der Nähe von Leipzig. Aber da der Flughafen dort erweitert wurde, wurde sie hierher nach Bad Düben versetzt. Die Mühle war sehr in Mitleidenschaft geraten. Und darum wurde sie, als sie hierher versetzt wurde, neu rekonstruiert. Und zwar von einem Holländer Mühlenbauer. Der hieß De Jong oder so ähnlich. Und er kam aus Feldhofen. 80 Prozent der Teile der alten Mühle wurden neu rekonstruiert und wiederverwendet. Ja und jetzt gehört sie hier dem Museum und kann scheinbar leider nicht näher besichtigt werden als so. Ich finde es echt beeindruckend, wie die früher schon die Kräfte der Natur für sich genutzt haben. Und schaut mal, mega. Jetzt versuche ich hier noch eine Attraktion zu finden. Das ist hier ein Wald wie ein Urwald, schaut mal. Und ich muss aber da lang. Da soll es ein rotes Ufer geben. Schauen wir mal. Boah, wird bald dunkel. Muss ich mich ein bisschen beeilen hier. Aber es ist tatsächlich ein richtiger wilder Wald hier. Auch schön. Ui. Jetzt heißt es aufpassen, Lebensgefahr. Das hier soll es jetzt sein. Das rote Ufer geht hier tatsächlich etwas steil bergab. Das hier soll es jetzt sein. Hallo, hallo aus Lotharstadt-Wittenberg. Heute ist Reformationstag. Und wo sollte man den anders verbringen als hier in Lotharstadt-Wittenberg? Eins mal vorweg. Ich stehe hier mitten im Wohngebiet, weil alle, aber auch alle großen Parkplätze voll sind. Ich habe bei Park4Night geguckt und die haben mich gleich weiter gewunken. Also es war aussichtslos. Darum stehe ich hier irgendwo im Wohngebiet. Und ein kleiner Tipp für euch. Speichert euch immer euren Standort in einer fremden Stadt. Sonst findet ihr euer Auto nie wieder. Ich bin jetzt hier in der Stadt angekommen. Und hier werden jetzt gerade die Thesen von Martin Luther vorgelesen. Und hier demonstrieren auch noch ein paar. Auf dem Plakat steht, an der anderen Seite, eine Pandemie gab es nie. Die komplette Stadt ist hier alles abgesperrt und überall Polizei anzutreffen. So, das ist das Lotharhaus. 1508 zog Luther hier ein in das Kloster. Und jetzt redet die dazwischen. Also 1508 zog Luther hier ein und wohnte hier. Später, als das Kloster aufgelöst wurde, bekam er das Haus übereignet. Lebte dann mit seiner Frau und seinen sechs Kindern hier bis zu seinem Tod. Also hier ist ganz schön was los. Und jetzt ist das Lotharhaus. Und jetzt ist das Lotharhaus. Vielen Dank. Hier kann man sich schlöffeln oder Kellen schnitzen. Hier kann man Körbe flechten. Teut euch mal die Schlange an, als wenn die demonstrieren würden bis zur Lothar-Statue. So, jetzt wird Karussell gefahren hier. Hier kann man Körbe flechten. Hier kann man Körbe flechten. Hier kann man Körbe flechten. Lecker, gebrannte Cashews. Aus den Bundesentwäldern des finsteren Scherzgebirges, die drei Spiele in der Gruppe. Donner und Doria. Ja, wir fahren, ohne uns vom Fleck zu bewegen mit einem weiteren Machtwerk aus längst vergangenen Tagen. Jetzt folgt ein Tanz rein. Ah ja, ein sehr mittlerweile unbekannter Tanz. Wir haben einen Tanzplatz für euch hierher rekonstruieren lassen. Jeden kleinen Tag, ein Einzel-Eingesetzbremster für euch. Und wir suchen jetzt Leute, die Walzer tanzen können. Also irgendjemand, der wie ich so ganz freiwillig mit 13 in eine Tanzschule gegangen wurde, um dort diesen wunderbaren Tanz erlernen zu dürfen. Niemand da, der da Walzer tanzen kann. Ja, der Sand, bitteschön. Der Platz ist voll. Jetzt nehmen wir doch. Volle Tempo. ... ... ... Musik 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 So, ich verlasse jetzt das Gewusel. Mir reicht so ein Gedränge. Aber man muss mal da gewesen sein. Schaut mal, über diese Brücke muss ich rüber. Ich sehe keine Brücke mehr. Schauen wir mal. Irgendwer hat sie geklaut. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach Kanal abonnieren. Glocke nicht vergessen. Und dann tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.